das ist ein 1 2 3 4er fenster genau wie da das ist ein 1 2 3 4 5er fenster 5er fenster kann ja eigentlich hier so geht auch von einem von der wand weg nachher so kann ich das doch lieber genauso machen wie oben da noch ein slime mehr unsere slime festung also sechs stück auf jeden ding ins kirchen immer ein von der seite weg 1 2 3 so 1 2 da kommt so und dann den weg 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 1 2 3 und 2 3 1 2 3 so hier auch mal dasselbe 1 verdammt falsch 2 3 1 2 3 und hier dann auch noch mal 1 2 3 4 5 und 6 das könnte mir da oben schon mal was bringen ich müsste aber so glaube ich mal was essen ich habe hier ein wenig lakritz für den anderen geschmack im mund es ist zwar alles ein bisschen asymmetrisch aber es ist zweckmäßig so 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 nachverdammte so der denn auch mal da könnte ich noch einen drauf setzen ja genau keine kabel sonst wäre jetzt überlege ich gerade sollen wir uns noch kabel zu holen und hier dann kurz zu schließen ja komm das mache ich schnell und danach geht's ab in die höhle hoch ich komme hier unten das auch ersetzen die wingen wir nacht und irgendwie habe ich das gefühl die musik läuft nicht spannend aus der hölle zurückgekrochen nacht lebensgefahr und hoffen dass uns in unserer kleinen höhle nichts erwartet warum habe ich die rüstung eigentlich noch nicht an warum mache ich das jetzt wo ich voll unsicher stehen warum habe ich ihn so weh da war wohl schon länger hier ein bisschen holz habe ich ok eisen habe ich elf stück noch ok wir laufen und laufen richtung hölle einen ein zombie mutig laufen wir an alle vorbei ein skelett und noch ein skelett aber sie trafen uns nicht voll im hintern es tut doch weh schweine aber volle moors so kommt jetzt erstmal hier die rundum tour so und sagt 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 sieht einfach schöner aus wenn das so komplett abgeschnitten ist so hoch verdammt ich verunschte natürlich wieder alles alter macht es sich noch mal schön denn gibt es banken schädig aber ich will nicht mit dir kuscheln mit euresgleichen echt das muss ich mir doch nicht antun hier hoch kacke den dahin 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 so jetzt habe ich sie da aufgebaut so 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 und natürlich noch so ich glaube der auch weiß es gott war nicht gucken wir gleich von draußen mal ob wir das jetzt richtig gemacht haben wenn ich diesen einen blocken muss ich dann halt mal im flyword machen aber das wird ja ja bitte nach ihm das werde mir glaube ich nachsehen so zuerst einmal brauche ich und gut ich bin gerade in der hölle da mach mich warum macht mich die musik nicht ganz zu kirre 16 sollten reichen glaube ich ne ja doch so einmal hier um dicht zu machen sind ja schon mal zwölf und so so und hier vielleicht nachher noch mal ein paar zu machen aber ich weiß nicht direkt wann und wo und wie und wann und wo und wie und wann und wo und wie und wann vor allem und wann dann kann ich hier auch so den machen so bis hier hin war richtig so ne ja doch und dann geht zwei runter geht das auf diese ebene und dann geht es nämlich schon auf diese ebene so aber damit das schöner aussieht mache ich das auf diese und das auf diese genau wie hier mache ich denn das auf diese das auf diese oder oder tam 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 müsste eigentlich jetzt alles gewesen sein oder ja ja ich glaube das war's ach guck mal dann kann ich den hier und den hier und den hier entfernen kann ich den hier und den hier und den hier entfernen und den hier dann kann ich nämlich daraus den 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 und den machen dann kann der weg und daraus wird dann auch der und der weg und der weg dramatische musik hektische musik so und kommt hier wand hier weg hier weg und perfekt so fertig ach ja hier ist noch eine riesenblicke aber kann ich eigentlich auch lassen die lücke äh natürlich wird hier dann auch erstmal 1 2 und dann 1 2 hier dann auch noch mal 1 1 ich muss auf jeden fall noch mal eine ladung gitter holen auch gott geht es tief runter hier und treppchen auch ich mal ach verdammt ich habe zu wenig eisen hier egal äh treppen um ein wenig schönheit rein zu bringen ach komm mal machen wir noch einen auf hier so zack haben wir 64 stufen das sollte erstmal reichen zack 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 das wird jetzt ein bisschen doof gemacht hier oben aber egal muss ich durch ich treppen so rum kann ich jetzt glaube ich nicht machen es wird zu eng werden obwohl ich würde gehen so 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 ja perfekt super super hier natürlich auch noch mal abrunden so man kann das ja eigentlich abrunden haben sehen eigentlich oder so 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 dass wenn ich den hier weg machen und den hier perfekt 1 2 3 kann die auch weg machen mehr 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 will ich auch gar nicht hier oben mache ich jetzt einen auf den hier so und dann würde ich sagen haben wir uns eine kleine etwas kleine meter feste gebaut die wir natürlich auch nach und nach noch aufbauen werden ha gott ja das ist jetzt echt nachteilhaft hier so kommt da das weg aber das ist ja die wand für unten ne ja scheiße egal dann machen wir einfach hier zack 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 und da dann nochmal den ist alles ein bisschen doof hier egal mache ich ab hier nur zack zack und zack so da haben wir denen auch schon mal an können wir hier oben auch noch was machen draus hier noch ein glasboden reinzimmern oder so auf jeden fall erstmal ein buch frame einbruch so 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 und so so und der verdammte kacke der kacke verdammte kacke halt nicht ganz aber ihn interessiert neuer wen interessiert dort sagt 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 zack 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 falsch so dann kommt er so und zack 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 kacke ich würde aber gerne jetzt weiter bauen hier sehr gerne 1 2 verdammt das jetzt noch beendet verdammte mit der schaufel das macht dem bot äh tischten ist eine ganz neue bedeutung au dreckig wenigstens brennt meine hütte jetzt komm mal her komm mal her ey du hast da was her luôn komm her 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 bämm au du dreck komm schon komm her 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 komm her